Willkommen zu einem Video, wir sind wieder draußen, wir haben es geschafft, trotzdem das Wetter absolut scheiße ist, aber es soll die Woche regnen, vielleicht machen wir da noch mal ein Video im Regen. Okay, easy. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ja, ich bin so scheiße gelandet. Oh, jetzt hat mein Knie nicht gefickt. Vorbei jetzt. Die Landung, der Rasen täuscht, der ist härter als man denkt. Du bist richtig mit dem Schienbein dagegen. Oh, ich bin so gegen und er hat mir so, fuck, der Baum ist übel nah an mir. Ach, der Knie sitzt am Arsch. Komplett. Das hat richtig knack gemacht, Junge. Amin, ich muss ein bisschen warten, ein bisschen ausruhen, ein bisschen dehnen und so, der Saldo war gerade zu viel. Ich habe die Rotierung nicht richtig hingekriegt und bin dann scheiße gelandet. Ich glaube, man hat es an der Rolle gesehen. Und die Rolle wusste ich auch nicht, wohin, wegen dem Baum. Also, der Baum blockierte richtig gut. So, hier nochmal kurz eine Stockerklärung, was passiert ist, bevor wir angefangen haben, bei diesem Spot zu filmen. Habe ich das eigentlich gefilmt, wie du das gesagt hast? Ich glaube nicht. Aber hauptsache, wir machen alles kaputt. Hier irgendwann eine Frau am Fenster, die hat sich beschwert, was wir machen und so und denkt sich, ja, hier nicht rumspringen, keine Spielplätze und so, wir machen alles kaputt. Weil wir auch so fett sind und wir Beton kaputt machen können und Metall. Ist klar, hat sie schon angeblich gesehen, wie die Leute es kaputt gemacht haben. Gestern erst. Gestern erst, ja, er war ein gestern erste Parcours-Läufer. War bestimmte Matthias. Grüße gehen raus, damit hier ist. Ja, ja. War alles kaputt. War alles per Cool-Läufer. War alles per Cool-Läufer. Ja, nee. Ich habe mich gerade mal versetzt bei einem Salto. Jetzt muss ich kurz chillen und dann geht es hoffentlich weiter. Das war gerade echt schmerzhaft. Ich hatte echt Angst, dass irgendwas mit meinem Knie falsch ist. Aber jetzt. Ich kann noch laufen. Kann noch ein bisschen belasten. Muss nur ein bisschen langsamer jetzt machen. Okay, Peace, Leute. Wir haben jetzt hier eine ganz lange Rail, weil ich ja mich gerade am Knie verletzt habe. Balanciere ich die jetzt einfach lang. Benni filmt ein bisschen von außen und ich mit Kopfband. Ich hoffe, er hat kein Problem mit, weil das ist scheinbar Privatgrundstück. Und Goa. Oi. Oh, Shit. das ist jetzt unangenehm das ist unangenehm uiui die wackelt ja übel ok das ist tatsächlich ein bisschen unangenehm weil wir jetzt wirklich tatsächlich straight garten waren oh das geht sogar bis unten obwohl ne es geht nicht ganz unten fuck boah das ist ekelig mit meinem Knie oh ist das eklig oh boah alter das ist ja was ganz anderes ok straight g gut ich bin jetzt wie ne Pussy runter gegangen aber es lack hab ich gemacht mit meinem Knie Leute ich lege an sie ist das geil aber ich bin ehrlich hier Hunde zur Ballons sind super widerlich weil das so stufenweise verschiedene Höhen hat lega das war mies gut vielleicht folgen ich noch ein paar Tritts vielleicht auch nicht werden wir sehen ok Leute wir laufen gerade Richtung Stadt meinem Knie geht es nicht gut Belastung ist gerade nicht wirklich überhaupt nicht möglich eines was ich gerade noch machen kann ist laufen das heißt das war es mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr da lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video ciao so dann bin ich diese bei und ein Video durchsuchen rol ich es